So, der Griswold. Was kann ich für euch tun? Hat immer noch keine Quest für uns, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall nicht die Quest Magic Rock. Die hätten wir nämlich jetzt spätestens auf Ebene 6 gekriegt, da hätte der Griswold uns drauf angesprochen. Das bedeutet, dass ich zumindest eine Quest schon mal definitiv weiß, die wir noch kriegen, die ist dann auf Ebene 7. Und wie gesagt, das ist mein Lieblings-Quest-Text im ganzen Spiel, glaube ich. Obwohl ich nicht weiß, wie der letztendlich hier dann im Deutschen wirken wird. Im Englischen ist er auf jeden Fall ganz cool. So, hier haben wir jetzt die beiden Bögen direkt nebeneinander zum Vergleich. Und der neue, den wir gefunden haben, der den Zusatzeffekt hat, die Rüstung des Opfers zu beschädigen, hat sogar noch eine höhere Trefferchance. Das heißt, der alte kommt einfach mal weg. Wir haben 16.000 Goldstücke. Dann müssen wir das natürlich erst mal reparieren. So, jetzt haben wir noch 15.000. Was hat denn der Griswold im Angebot? Kleinschnitt der Absorption. Minus 3 Schaden vom... Oh. Dann darf er um den Widerstand nicht mehr. Die Schädelkappe des Mondes. Plus 7 zu allen Attributen. Rüstung 3. Da könnte man tatsächlich drüber nachdenken. Wir haben zwar die untote Krone. Aber die hat ja nur Rüstung 9. Und es steht Lebenskraft, wovon ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich was gemerkt habe. Überhaupt. Das Chromschwert des Mondes. Plus 5. Zu allen Attributen Schaden 3 bis 7. Das reicht an unserem Morgenstern immer noch nicht dran. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich darf die Schädelkappe umsteigen, meine ich. Plus 7. Bei allen Attributen. Das ist nicht schlecht. Das macht, glaube ich, sogar die 6 Rüstungspunkte wieder wett. Ich komme, ich mache es. Ich mache es. Jetzt, nachdem wir die Krone repariert haben. Weil wir Idioten sind. Ist sogar noch Rüstungsklasse 8. Na gut, komm. Und fupp. Dreifachschauung ist 78% Schaden. 10 bis 19. 186 Lebendenergie. 46 Mana. Das sind Werte, die sich sehen lassen. Was kann ich für euch tun? Du kannst uns die Krone der Untoten abkaufen für 4000 Goldstücke. Mensch, da haben wir ja unsere Verluste auch schon fast wieder drin. Kann sein, dass das jetzt ein Fehler war. Der eine oder andere von euch schlägt jetzt vielleicht die Hände über dem Kopf zusammen. Aber mir war es das jetzt wert. Vor allem auch halt für die zusätzliche Geschicklichkeit. Und wir haben uns ja noch gar nicht angehört, was der Schmied vielleicht so zu erzählen hat. Ich weiß nichts über diesen Ort, aber ihr könntet Kane danach fragen. Er redet gern und viel. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er Antworten auf eure Fragen hätte. Ja, den haben wir ja auch schon befragt. Der hatte tatsächlich Antworten auf unsere Fragen. Das war schon schön. Ich will nochmal kurz ins Gepäck gucken. Ja, der ist nämlich doof, wenn er das Gepäck zusammenstellt hier. So. Wir haben ja auch noch eine Schriftrolle des Stadtportals übrig. Das ist gar nicht so verkehrt. Guten Tag, Ogden. Seid mir herzlich gegrüßt. Willkommen im Gasthof zum Sonnenaufgang. Greetings, good master. Welcome to the tavern of the rising sun. Das sind so diese Sätze. Das hat sich einfach eingeprägt. Das vergisst man auch nicht wieder. Der Schmied Griswold kennt sich bei Waffen und Rüstungen extrem gut aus. Wenn ihr jemals etwas an euren Sachen auszubessern habt, solltet ihr auf jeden Fall zu ihm gehen. Ich fürchte, über das Thema weiß ich so gut wie nichts. Aber Kane hat viele Bücher, in denen was darüber stehen könnte. Ihr merkt schon, die verweisen uns eigentlich alle an den komischen alten Mann am Brunnen. Und ich bin sicher, die Jillian, die ist wieder ein sprudelnder Quell der Weisheit. Einen guten Tag. Womit kann ich euch dienen? Diese Frau am Stadtrand ist eine Hexe. Sie scheint ja ganz nett zu sein und ihr Name Adria klingt ja auch ganz angenehm. Aber ich habe trotzdem Angst vor ihr. Man müsste schon sehr mutig sein, so wie ihr, um nachzusehen, was sie da draußen überhaupt so macht. Ja, und das ist der erste Hinweis, den wir jetzt von irgendeinem Dorfbewohner auf die Hexe gekriegt haben, glaube ich. Weil die ist ja auch so ein bisschen ab vom Schuss. Und in Zeiten, als das Internet noch nicht so verbreitet war, hat die vielleicht auch nicht jeder gefunden. Tut mir leid, aber darüber habe ich noch nie etwas gehört. Vielleicht kann Ken euch weiterhelfen, unser Geschichtenerzähler. Ja, ihr seht schon, äh, so wirklich ergiebig ist das hier diesmal nicht. Gut, auf dem Weg zu Berth. Ähm, Hellfire hatte zwei Gebiete. Das eine war so eine Dämonengruft neben der Kathedrale. Das war das zweite Gebiet mit dem neuen Endgegner von Hellfire. Da war ein uralter Dämon eingekerkert, den man in zwei Formen bekämpfen könnte. Mit seiner voller Stärke oder eben nicht. Und das war ganz cool. Das war auch stimmig vom Setting her. Psst, hier bin ich! Was hast du denn zu bieten? Eine Wildkleinaxt der Vampire. Die wäre gar nicht so verkehrt gewesen, aber leider viel zu teuer. Ich schätze, ich verdanke dem Schmied mein Leben. Oder zumindest das, was davon noch übrig ist. Klar, Griswold hat mir eine Lehre in seiner Schmiede angeboten. Und er ist ja auch ein ganz netter Kerl. Aber da würde ich nie genug Geld verdienen, um... Naja, sagen wir mal. Ich habe ganz präzise Zukunftspläne, für die ich eine größere Geldsumme benötige. Kleiner Scheißer. Habe ich das laut gesagt? Ein riesiger und geheimnisvoller Schatz, sagst du? Vielleicht könnte ich dir ja nachher das eine oder andere Stück abkaufen. Oder noch besser. Brauchst du keine seltene und teure Spezialausrüstung für dieses gewagte Unternehmen? Der denkt wirklich immer nur ans Geld. Furchtbar ist das. Naja gut. Das eine war halt die Demon Crypt oder Dämonen Gruff. Die ist dann auf dem Friedhof. Da ist so ein kleiner Friedhof neben der Kirche. Ich weiß nicht, ob ich den schon gezeigt habe. So ganz in der Nähe des Eingangs zu den Katakomben. Aber um da hinzukommen, braucht man die Cathedral Map. Und die erhält man vom zweiten oder in dem Sinne ja ersten Entgegner des neuen Add-ons. Und zwar The Defiler heißt das. Wie ist so eine große Alien-Mutter. Ja, ich sagte Alien. Die ist nämlich mit einem Meteoriten zur Erde gefallen. Ist dann unten bei der unteren Brücke, die hier zu Adria führt. Da würde dann hier oben bei den Kühen steht dann ein neuer Charakter. Das ist so ein Farmer. Da steht dann hier an dieser Stelle. Lester heißt der. Der uns die Aufgabe gibt, dieses komische Gewächs, Pflanzengewächs, was sich da auf seinem Feld breitmacht, zu sprengen. Und darüber kommen wir dann ins Nest, wo diese ganzen Alien-Viecher unterwegs sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Setting eventuell der Grund ist, warum Blizzard dann gesagt hat. Ne, das ist doch ein bisschen zu abgehoben. Das möchten wir eigentlich in unserer Diablo-Geschichte nicht mehr drin haben. Ich finde es schade. Ich hätte euch diese beiden Gebiete gerne gezeigt. Aber ich habe die PC-Version ums Verrecken nicht zum Laufen gekriegt. Da ist mein Rechner einfach viel zu neu für. Ich konnte es nicht mal installieren. Und deswegen musste ich ja hier auf die PlayStation-Version zurückgreifen. Dafür ist es ja in Deutsch. Aber uns fehlt halt Hellfire. Ist ein bisschen schade, aber ich kann da leider nichts machen. Es tut mir leid. Es ist so, wie es ist. Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Erstmal gucken, was die an Büchern hat. Büchern hat? Bücher? Sein Büchern hat sie absolut gar nichts. Das ist ja schon mal ganz toll. Eine Kiste, die man in der Dunkelheit öffnet, enthält dadurch keinen größeren Schatz, als wenn man sie bei Licht aufmacht. Der Geschichtenerzähler Kane ist ein Rätsel, aber nur für diejenigen, die nicht hinschauen. Sein Wissen um die dunklen Dinge, die unter der Kathedrale lauern, ist größer, als er sich sogar selbst eingestehen mag. Aha. Die Adria ist also überzeugt davon, dass hinter dem alten, knochigen Kane, der da am Runden steht und vorbeilaufenden Leuten seine Geschichten erzählt, vielleicht doch ein bisschen mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Interessant. Sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Solltet ihr in diesem verfluchten Reich sterben, werdet ihr auf ewige Zeiten den dunklen Herrschern dienen müssen. Betretet die Knochenkammer auf eigene Gefahr. Ja. Das ist, glaube ich, die Quest, wo wir bis jetzt am wenigsten wirklich hilfreiche Informationen erhalten haben. Der Einzige, der da wirklich was zu erzählen hatte, das war ja der Kane, der uns unter anderem davor gewarnt hat, dass alle, die bei dem Versuch, den Schatz der Knochenkammer an sich zu nehmen, gestorben sind, diese Kammer jetzt aufgrund eines Fluches bewachen müssen. Und wie genau sich das manifestiert, das seht ihr gleich selber. So, und wie gesagt, diese Knochenkammer ist eine von drei garantierten Quests, die man immer erlebt. Und theoretisch müssten hier gleich schon die ersten Gegner angescheißert kommen. Es gibt definitiv einen neuen Gegnertyp, den wir bis jetzt noch nicht getroffen haben, hier in der Kammer. Ich muss mich mal kurz am Kopf kratzen, einen kleinen Augenblick. Und das ist ein ziemlich cooler Gegnertyp eigentlich sogar. Werden auch alte Bekannte wieder treffen. Natürlich jede Menge Skelette, da kommen schon die ersten. Centurio Horribus, das ist die Nachkämpfervariante des Horrors. Aber wir sind natürlich vorbereitet. So, dann erwähnte ich ja in der letzten Aufnahme, dass ein bestimmter Gegnertyp garantiert auftritt, immer. Oh. Den hat man jetzt nicht so gut gesehen. Das ist der neue Gegnertyp, den ich meinte. The Hidden heißt er, also zumindest die Gattung. Die hier sind glaube ich die Unseen oder die Ungesehenen. Die können sich nämlich tatsächlich unsichtbar machen. Die werden erst sichtbar, wenn sie direkt neben uns stehen. Da habt ihr es ganz gut gesehen. Da ist er gerade sichtbar geworden. Und hat gleich mal ein Amulett fallen lassen. So, aber ein anderer, alter Bekannter erwartet uns hier auch noch in dieser Kammer. In dieser Kammer. Da, aua. Da bin ich genau reingerannt. Ich erwähnte ja, dass der gehörnte Dämon ein garantierter Widersacher ist, den wir jedes Mal treffen. Das liegt an dieser Knochenkammer hier. Weil die hier mit drin sind und alles, was hier mit drin ist, das ist ja automatisch bei jedem Durchspiel mit dabei. Deswegen trifft man auch diese unsichtbaren Viecher jedes Mal. Und die Skelette, die Horrorskelette. Ich habe übrigens Offscreen noch mal durchgezählt. Und es müssten tatsächlich 13 Monstertypen sein, die garantiert auftreten. Also die 5 von der ersten Ebene und die anderen halt hier in diesen garantierten Bereichen. Ich weiß ja nicht, inwiefern euch sowas eventuell interessiert. Buch der Heilung und magische Bögen. Hier in der Knochenkammer gibt es natürlich sehr viele Schätze zu erbeuten. So, jetzt können wir einen Heilungszauber vor allem hier halt auch Bögen. Oh, wenn die Effekte haben, so alleine von den Werten, sind die besser als der Bogen, den wir zur Zeit benutzen. Wenn der Effekt stimmt, haben wir dann vielleicht eine neue Waffe gefunden. Wir werden hier bestimmt mindestens einmal raus teleportieren müssen, weil es hier wirklich jede Menge Schätze zu erbeuten gibt. Und ein Großteil dieses Gebietes ist auch nicht sonderlich herausfordernd. Es gibt eine Stelle, die ist da in der Mitte, die kann, wenn man das Ganze falsch angeht, übel enden. Aber die als bewährte Diablo-Strategie funktioniert auch an der Stelle. Und ihr seht, die anderen Viecher hier, also das ist, äh, die können uns eigentlich nichts entgegensetzen. Jetzt müssen wir natürlich wieder ganz darüber latschen. Wenn ich da vorher dran gedacht hätte, weil jetzt, wo ich sehe, wird mir wieder bewusst, dass es dem so ist, dass die beiden Kammern hier drüben sind und nicht auf jeder Seite eine, dann wären wir natürlich erst nach links gegangen und hätten uns jetzt diesen Laufweg hier erspart. Ich glaube, von diesen unsichtbaren Viechern gibt es tatsächlich nur drei Varianten. Eine kann schon auf Ebene 2 auftauchen. Eine kommt auf jeden Fall immer hier. Und dann gibt es noch eine, die wir auf jeden Fall auch noch treffen werden. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Kurz gucken, ob mit der Aufnahme noch alles in Ordnung ist, weil das Bild hat gerade so ein bisschen geflackert. Es scheint aber alles noch gut zu sein. Ah! Mein Gott, also die Wegfindung war teilweise schon ein bisschen... Es ist auch mit dem Playstation-Controller ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, auf dem PC hat man einfach an die Stelle geklickt, wo er hinlaufen sollte und dann ist er dahin gelatscht. So, man kann es vielleicht schon erkennen, der nächste Raum hier hinter dieser Tür ist mit Knochen bedeckt. Das ist die tatsächliche Kammer der Knochen und hinter der Kammer der Knochen soll ja die Halle der Helden liegen. Ah, da müssen wir erst mal hinkommen. Und wenn ich jetzt die Tür öffne, dann werdet ihr sehen, was Cain meinte mit alle, die hier gestorben sind, müssen diesen Ort bewachen. Wumm! Das sind mal gut und gerne 30, 40, vielleicht sogar 50 Skelette hier auf engstem Raum. Guckt euch das an, da, Leute. Das kann jetzt eine Weile dauern, bis wir uns da durchgeschnetzelt haben. Gott sei Dank haben wir einen Morgenstern. Ich glaube, diese Waffengattung macht so ein bisschen Bonusschaden auf Skelette. ihr seht schon, der Fußboden um uns herum ist schon so dermaßen mit Items belegt, dass er das Gold da teilweise ans andere Ende des Ganges schmeißt schon. Gott sei Dank nicht der in Indien, sondern der, wo wir hier gerade sind. Das lohnt sich schon. Und die Reihen lichten sich schon. Sie können sehen, da sind auch so ein paar Unsichtbare noch mit drin. So, war es das schon? Oh, das habe ich länger in Erinnerung. Wir sind halt einfach so gut. So, hier erstmal das ganze Gold einsammeln. Durchblick. Hier sind magische Lumpen. die Schriftrollen nehmen wir mal mit. Den Stab, da werden wir keinen Platz für haben. Ja, ich habe das Monster gesehen. Ah, das kann uns ja eh nichts antun. Wir sind einfach zu gut. Ach, scheiße, da ist noch ein magischer Schild. Schriftrolle, hier war noch irgendwo Gold, da liegt das Gold. den kriegen wir auch nicht noch irgendwie unter, ne? Ne. Wir sind voll, das heißt, wir müssen jetzt erstmal in die Stadt zurück, unser ganzes Zeug identifizieren lassen und verkaufen und dann wird hier der Rest gelootet. Und dann ich laufe zu dem Cain dahin. Der sagt zu mir, ich glaube, ich spinn. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Ein Amulett der Kraft. Naja, da ist das, was wir haben, mir eigentlich lieber. Die zusätzlichen Lebenspunkte da. So, kurzer Kampfbogen der Beweglichkeit plus 13 zur Lebendungskraft. Hä? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ah, na gut. Ne, finde ich nicht gut. Also, im Vergleich zu dem, den wir schon benutzen. Edelholzbogen der Gewandtheit, schneller Angriff. Lederrüstung der Dauerhaftigkeit ist sehr stabil. Und die Blaulumpen. hier sind was für Farnham. Was kann ich für euch tun? Oh, jetzt hätte ich fast den falschen Bogen verkauft. Ihr seht schon, unser Bogen ist auch der, der am wertvollsten ist. So, und dann geht's gleich wieder runter. Wir sparen jetzt mal den Trip zu Adria, um die Schriftrollen zu verkaufen. Wo lag jetzt der Schild? Da ist der Schild. Und dann durchqueren wir die Chamber of Bones. Hat leider nichts mit der Fernsehserie zu tun. Und schnetzeln hier noch einen Unsichtbaren und machen uns auf zur Halle der Hilden. Stürb doch! Endlich! Du hast doch eh keine Chance! Du willst es doch! Auch! Komm schon! Komm schon! Mit Level Up, das ist doch schön! Nein, haben wir da noch! Aua! Oh, zwei haben wir noch! Oh, der Soundbug, der ist ein bisschen ihr seht das Vieh da, das ist jetzt auf Abstand gegangen. Die können sich nämlich, wenn sie unsichtbar sind, regenerieren. Und das ist so ein Trick, den muss man erst mal wissen. Denn sonst kloppt man potenziell, wenn man nicht genug Schaden macht mit einem Schlag stundenlang auf die Viecher ein und wundert sich, warum das alles nicht funktioniert. Geschicklichkeit müsste jetzt fast auf Maximum sein, ein Level noch. Trefferschance ist auf 81%. Wenn wir beim Zuschlagen treffen, machen wir automatisch mehr Schaden. Deswegen halt erstmal Geschicklichkeit, meiner Meinung nach der wichtigste Stat von allen hier. Und das alte Buch ist unsere tatsächliche Belohnung für das Durchqueren der Chamber of Bones. Magisches Wissen wird uns zuteil. Ihr seht, da oben rechts dieses Hydra-Monster. Das ist der Guardian. Den können wir mit einem Zauberspruch beschwören. Der hilft uns dann beim Kämpfen gegen die Monster. Und dieser Zauberspruch, das ist unsere Belohnung für das Erfüllen dieser Quest. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn man diese Quest mehrfach macht, was ja möglich ist, aufgrund des Systems von Diablo, ich kann ja diesen Charakter jetzt hier abspeichern und in ein neues Spiel importieren und wieder ganz von vorne anfangen, mit allen Quests und allem. Ich glaube, jedes Mal, wenn man diese Quest macht, erhält man plus eins auf den Guardian Zauberspruch. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ich habe das nie gezielt getestet. Falls einer von euch das mit Sicherheit weiß, kann das ja vielleicht in die Comments hauen.